Hallo und willkommen in Wolfsburg hier bei die Autotester. Ich schaue mir heute den neuen VW ID.4 an. Im Gegensatz zum ID.3 ist das Fahrzeug ja das Weltelektrofahrzeug von Volkswagen, denn er wird nicht nur in Europa, sondern auch in China und den USA verkauft werden. Und ja, ist mehr das Auto für die Stückzahlen. Und ich schaue mir heute mal etwas genauer an, was der neue ID.4 so zu bieten hat, wenn wir über das Thema Reichweiten sprechen, Antriebe sprechen, Platz, Möglichkeiten Anhänger zu ziehen und natürlich auch wenn es um das Thema Assistenz und Sicherheitssysteme geht. Und ganz wichtig für mich außerdem, wie steht er eigentlich da im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern, zum Beispiel dem elektrischen BMW iX3, dem Tesla Model Y oder aber dem Konzernbruder Skoda Enyaq. Wenn wir uns den ID.4 von vorne anschauen, dann fällt auf, ja der ist einen Tacken breiter als ein ID.3, denn es sind exakt 4 Zentimeter, denn der ist 1,85 und auch die Spur ist 5 Zentimeter breiter als beim ID.3. Wichtig zu wissen ist, es gibt insgesamt nachher rund 7 Außenfarben, das ist aber eine Sonderfarbe, die gibt es nur für die First Edition, sonst gibt es die nicht. Und wenn wir weiterschauen, der ID.4 hat immer LED-Scheinwerfer an Bord, es gibt aber so wie hier am Fahrzeug auch optional Matrix-LED-Scheinwerfer, ansonsten gibt es bei dem Fahrzeug nicht wirklich viel zum Auswählen, das heißt auch die Front unterscheidet sich nicht, je nach gewählter Ausstattung. Ein Highlight gibt es aber an der Front noch zu entdecken und zwar das Lichtband zwischen den beiden Frontscheinwerfern. Schade ist, dass Volkswagen es nicht geschafft hat, hier vorne das Logo zu beleuchten, das war nämlich auch geplant, dürfen sie aber leider nicht, ich glaube es ist ein Gesetz irgendwann aus den 50ern, das es verbietet, weil das wird quasi als Leuchtreklame deklariert und das ist am Fahrzeug leider verboten. Wenn ich mir die Seite von dem ID.4 anschaue, dann fallen mir zuallererst mal diese Riesenräder auf, denn das sind die optionalen 21 Zoll Felgen, leider aufpreispflichtig, aber die Basis kommt auch schon mit 18 Zollern vorgefahren. Insgesamt ist das Fahrzeug mit 4,58 Meter, zwar rund 7 Zentimeter kürzer als der Konzernbruder Enyaq, aber immerhin 32 Zentimeter länger als der eigene kleine Bruder, nämlich der ID.3. Witzigerweise hat er jedoch den gleichen Radstand wie ein ID.3 und das sind 2,76 Meter. Das Fahrzeug ist 1,61 Meter hoch und durch diese Maße haben wir die typischen Proportionen, die man erreichen wollte, denn der ID.4 ist ein SUV und das sehen wir zum Beispiel auch hier wieder. Wir haben nicht nur ein bisschen mehr Bodenfreiheit, nicht so wirklich viel eher cross-obermäßig, aber wir haben diese Rathausbeplankungen, die ganz klar darauf hindeuten, ja, es soll ein SUV sein, wenn wir uns die Form des Autos anschauen. Auch das ist eher SUV als Standard-Limousine oder Kombi. Wie schon an der Front gibt es auch an der Seite so einen Design-Hingucker und das sind in dem Fall hier die Türgriffe, die wirklich komplett im Fahrzeug verschwinden. Wenn wir uns das Heck anschauen vom ID.4, da sieht man nochmal, wie kraftvoll das Auto eigentlich dastehen kann und das ist auch ganz klar meine favorisierte Ansicht, denn der steht extrem kraftvoll. Ja, sehr satt von hinten auf der Straße und man sieht auch hier wieder das Thema SUV ganz gut, denn wir haben hier unseren, sagen wir mal, angedeuteten Unterfahrschutz und eben diese Beplankung in dem Kunststoff hier unten. Dann ein wichtiges Thema bei dem Auto ist das Thema Design und CW-Wert. Und so finden wir am Auto ebenso glatte, fließende Flächen kombiniert mit sehr scharfen Kanten und dadurch erreichen wir einen CW-Wert von 0,28. Ein Grund dafür auch ist hier oben diese riesen Abgerisskante in Form des sehr großen Dachkantenspoilers. Aber verglichen mit dem Wettbewerber ist die Zahl gar nicht mehr so gut, denn das Tesla Model Y zum Beispiel hat nur 0,23. Und natürlich gibt es auch am Heck wieder einen richtigen Hingucker und zwar die Rückleuchten. Die sind nicht nur in LED ausgeführt, sondern die haben hier richtig einzelne kleine Leuchtelemente, die so dreidimensional unter diesem Glasüberbau angeordnet sind. Und damit ja ganz klar von hinten sagen, das ist definitiv ein ID.4. Hier kann man sehr schön sehen, wie sieht eigentlich so eine Unterkonstruktion von so einem Elektrofahrzeug aus. Das ist zwar der ID.3, aber im Grunde genommen tut sich das überhaupt nichts zum ID.4. Und ganz wichtig ist, wir sehen hier in der Mitte die Batterien. Für den ID.4 gibt es zwei unterschiedliche Batterien und der wird es geben, nämlich ab dem nächsten Jahr. Nämlich einmal 52 und einmal 77 Kilowattstunden dann maximal. Und die große Batterie sorgt beim Auto für eine Reichweite nach WLTP von rund 520 Kilometern. Also doch sehr ordentlich. Wenn es ums Nachladen geht, dann können wir natürlich an der Haushaltssteckdose laden. Das dauert ewig, wissen wir alle. Wir können in der Wallbox mal eben nachladen, auch das funktioniert vernünftig. Wir können aber auch schnell laden und da bietet der ID.4 maximal 125 Kilowatt Ladeleistung an. Und das gilt aber nur für die große Batterie. Die kleine hat nur 100. Bei der großen heißt das aber nichts anderes, als dass ich in 30 Minuten rund 320 Kilometer zusätzliche Strecke nachladen kann. Und damit ist auch eine längere Distanz problemlos zu bewältigen. Wichtig ist aber auch zu wissen, diese Batterie wiegt, und zwar die große, nicht ganz 500 Kilo. Also das ist das, was ich an Mehrgewicht mit mir rumschleppe. Aber wie man auch sehen kann, haben wir eben nur die beiden kleinen Motoren und nicht mehr diesen riesen Antriebsstrang aus einem Verbrenner. Und das spart auf der anderen Seite dann auch wieder Gewicht. Wenn wir über den Kofferraum sprechen, dann sprechen wir über echte SUV-Maße. Denn der ID.4 bietet mit aufgestellter Rückbank 543 Liter maximales Ladevolumen. Das hört sich schon sehr ordentlich an, sind aber trotzdem rund 40 Liter weniger als beim Enyaq. Wenn wir aber umklappen, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr, nämlich Maximum 1575 Liter. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir hier nicht nur einen doppelten Ladeboden finden, sondern wir finden da drunter nochmal ein Fach. Und das ist wirklich extrem praktisch, denn da kann ich Sachen verstauen, die nicht im Auto hin und her rollen sollen und die im Zweifelsfall auch niemand von draußen sehen darf. Den ID.4 wird es wohl in fünf Ausstattungsvarianten geben. Neben der Basisversion Pure stehen unter anderem Max und die aktuelle Variante First zur Auswahl. Der Grundpreis für den ab 2021 verfügbaren ID.4 Pure mit der kleinen Batterie soll bei unter 37.000 Euro liegen. Die Version First gibt es ab rund 49.000 und den voll ausgestatteten ID.4 First Max ab rund 59.000 Euro. Auf den ersten Blick ein gutes Angebot. Zumindest wenn man bedenkt, dass ein Tesla Model Y erst ab rund 58.000 Euro und ein Mercedes EQC erst ab rund 69.000 Euro zu haben sind. Ein echter Wettbewerber könnte jedoch der 4,60 Meter lange Polestar 2 werden, für den ebenfalls eine Einstiegsvariante zu einem Preis unter 40.000 Euro angekündigt wurde. Und dann ist da ja noch der Konzernbruder Skoda Enyaq. Er ist ein wenig größer als der ID.4 und wird in der Basis bereits für unter 34.000 Euro angeboten werden. So, jetzt bin ich in dem ID.4 und was mir als allererstes auffällt, vor allem wenn ich ihn mit dem Skoda-Vergleich, den wir uns ja schon angeschaut haben, das Cockpit ist anders. Wir haben zwar auch hier nur einen kleinen Monitor, alles digital, aber der Monitor ist eben nicht ins Fahrzeug eingebaut, sondern ist komplett freistehend. Wirkt so ein bisschen schwebend, finde ich persönlich designtechnisch ganz spannend. Allerdings ist das komplett so glossy black, also glänzend schwarz, hochglanz schwarz. Ist natürlich so ein richtiger Staubfänger, sieht aber so auf den ersten Eindruck richtig gut aus. Dann finde ich hier im Fahrzeug natürlich ein vernünftiges Lenkrad, wo ich alle Bedienelemente drauf habe. Ganz ähnlich wie wir es zum Beispiel auch schon beim VW Golf gesehen haben. Alles Touch-Sensoren, also keine klassischen Knöpfe oder Drehregler mehr. Und das zieht sich hier so ein bisschen durchs Auto durch. Das haben wir zum Beispiel hier auch an der Mittelkonsole. Wir haben hier oben unterhalb von dem zentralen Monitor eben auch wieder nur Touch-Regler. Auch da wieder diese Sensoren, mit denen wir sliden können. Und natürlich, wie ihr es schon gesehen habt, auch hier wieder Gestensteuerung. Das gleiche gilt dann auch hier links für das Paneel, wo wir die Lichter einstellen vom Auto. Also das Fahrlicht zum Beispiel, auch das ist wie beim Golf, alles Touch. Also wer Drehregler und Knöpfe versucht, der ist hier im Auto definitiv falsch. Wichtiges Thema beim Display hier in der Mitte. Wir finden hier im Auto in der Basis ein 10 Zoll Touchscreen. Allerdings gibt es auf Wunsch oder je nach Ausstattung auch bis zu 12 Zoll. Und das ist dann schon sehr ordentlich und groß. Und natürlich kann ich dieses System nicht nur, wie schon gesagt, mit Gesten steuern, sondern ich kann hier halt auch das Ganze so formatieren, wie ich es haben möchte. Ich kann mein Homescreen anpassen. Ich habe unterschiedlichste Informationen. Ich habe natürlich Live-Daten mit an Bord. Also alles das, was man im Fahrzeug möchte. Und ich kann hier zum Beispiel auch, was ich sehr mag, das Ambient Light vom Auto einstellen. Da gibt es bis zu 30 unterschiedliche Farben. Ansonsten ist der Wagen innen wirklich sehr modern. Wenn wir uns hier die Mittelkonsole anschauen, die schwebt so ein bisschen. Wir haben hier drunter noch ein Fach. Das ist wieder klar, denn wir reden über ein Elektrofahrzeug. Das heißt kein Mitteltunnel, also keine Kardanwelle oder ähnliches, was hier durchgeht. Wir haben hier in der Mitte ein großes Ablagefach, sehr schön tief mit zwei USB-C-Anschlüssen. Also wirklich innen so ein Wohlfühleffekt, der hier entsteht. Und wir haben hier drin auch wieder dieses Umschließen des Fahrers und Beifahrers, dass man wirklich im Auto sitzt und der wirklich das Gefühl hat, sehr gut aufgehoben zu sein. Eine andere wichtige Geschichte ist etwas, was der VW sich mit dem Skoda zum Beispiel teilt. Das ist nämlich das neue Head-Up-Display. Und das ist nicht nur sehr schön groß und gut ablesbar, sondern es bietet jetzt auch Augmented Reality. Das heißt, es werden zusätzliche Informationen eingeblendet, die wir bei normalen Head-Up-Displays so nicht vorfinden. Das hier zum Fahrzeugplatzangebot, wie gesagt, vorne, ich denke, sehr ordentlich, auch für große Menschen. Wie ich mit fast 1,95 sitze hier sehr ordentlich, kann alles gut einstellen. Ich weiß nicht, ob es bequem aussieht, aber ich sitze wirklich gut. Wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns jetzt noch einfach mal bei einem separaten Probesitzen an. Jetzt habe ich mal hinten Platz genommen, um zu schauen, wie sitze ich eigentlich hinter mir. Und jetzt zahle ich so ein bisschen den Preis dafür, dass ich es mir vorne so bequem gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz passe ich ins Auto rein. Wie ihr sehen könnt, vor den Knien minimal Platz. Aber dafür habe ich keinen Platz für meine Füße, denn die passen eigentlich nicht wirklich unter den Vordersitz. Das ist ein bisschen eng. Nichtsdestotrotz, ich bin 1,95 Meter groß, mit einem langen Oberkörper und sitze hinter mir. Wie ihr sehen könnt, Kopffreiheit habe ich eigentlich genug, aber ich bin hier auch innerhalb von diesen beiden Holmen. Und das heißt, ich habe da so ein paar Millimeter extra Luft. Aber ich denke, für eine kurze Strecke ist das mehr als ausreichend. Für eine mittellange Strecke geht es auch noch. Langstrecke fahren möchte ich hier nicht, aber Gott sei Dank darf ich ja meistens vorne sitzen. Für den ID.4 wird es bis zu fünf unterschiedliche Leistungsvarianten geben. Und die liefern zwischen 109 bis rauf zu 150 kW maximal. Wichtig zu wissen ist, dass die ersten Fahrzeuge, die kommen, reine Hecktriebler sind. Später wird es dann auch Allradversionen geben. Und die haben dann nicht nur einen Motor an der Hinterachse, sondern eben den zusätzlichen an der Vorderachse. Außerdem wichtig zu wissen ist, der ID.4 ist abgeregelt bei 160 Kilometern pro Stunde. Das gilt zumindest im Moment mal für alle Fahrzeuge, die ausgeliefert werden. Aber ich habe da was flüstern hören, dass eventuell später bei den Allradvarianten vielleicht nochmal 20 Kilometer pro Stunde mehr drin sein könnten. Wenn wir über das Thema Materialauswahl und Verarbeitung reden, das ist ein Volkswagen. Und dementsprechend vernünftig ist der Wagen einfach verarbeitet. Materialauswahl hier drin. Der Materialmix ist sehr schön. Was wir hier sehen zum Beispiel, wir haben hier ein schwarzes Lenker oder schwarze Konsole. Es gibt das Ganze aber auch in weiß. Finde ich allerdings ein bisschen ein Touch-to-match. Aber das ist sicherlich Geschmacksfrage. Sehr gut gefallen mir auch die Sitze. Die sind schön konturiert. Man hat wirklich Seitenhalt im Auto. Man kann auch als großer Mensch bequem drauf sitzen. Und es gibt übrigens, ich glaube ab nächstem Jahr, auch eine Variante, die dann lederfrei ist. Für alle, die das sehr wichtig ist. Ansonsten, wenn wir uns hier anschauen, was es an Ablagen gibt. Wir haben hier eine Seite, normal große Ablagen. Wir haben in der Mitte die große Ablage hier unter dem Rollo. Und wir haben hier vorne zwei große Becherhalter. Wir finden natürlich USB-Anschlüsse im Fahrzeug. Und haben natürlich normal großes Handschuhfahrzeug. Das heißt, auch für diese praktischen Dinge ist gesorgt. Und man merkt ebenso gar nicht, dass man in einem Elektrofahrzeug sitzt. Denn die Batterie, die ist eben unter uns. Und das stört hier überhaupt gar nicht. Was auffällt, ist, wir finden hier im Auto relativ viele Hochglanzmaterial. Nicht nur hier vorne im Cockpit, sondern eben auch auf dem Lenkrad. Auch an dem Display hier, an diesen Bedienelementen. Und auch hier unten in der Mittelkonsole. Das sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Aber wie wir wissen aus der Erfahrung, das zerkratzt gerne. Und vor allen Dingen ist es ein absoluter Staubfänger. Und man sieht jeden einzelnen Fingerabdruck. Außerdem, jetzt mit an Bord, ist auch die neue Sprachsteuerung. Und das heißt, ich kann mit dem Auto wirklich reden. Und es wird gestartet mit dem Codewort HelloID. Und danach liest mir das Auto quasi jeden Wunsch von den Lippen ab. Das war mein erster kurzer Blick auf den neuen VW ID.4. Quasi das Weltelektroauto von Volkswagen. Denn der Wagen soll eben weltweit verkauft werden. Mir gefällt das Exterieur des Autos sehr gut. Ich finde diese SUV-Anmutung sehr ordentlich. Und ich finde es vor allem klasse, dass man ihn sofort mit dem ersten Blick als Teil der ID-Familie identifizieren kann. Wenn ich jetzt das Auto reinschaue, finde ich nicht nur wirklich viel Platz. Sondern ich finde auch sehr viel moderne Technik. Wie zum Beispiel einen bis zu 12 Zoll großen Touchwheel in der Mittelkonsole. All die modernen Assistenz- und Sicherheitssysteme. Und natürlich auch das neue Head-Up-Display mit Augmented Reality an Bord. Darüber hinaus gibt es, wie ich finde, ein sehr schön verspieltes Cockpit im Fahrzeug. Das gefällt mir gut. Und insgesamt ist die Anmutung einfach typisch VW. Sehr hochwertig, aber eben nicht zu viel. Und ich finde hier zum Beispiel auf jeden Fall schon mal deutlich hochwertiger als beim ID.3. Wenn wir über das Thema sprechen, wohin geht der Wagen? Was soll er für Volkswagen tun? VW sagt, der Wagen ist 100% SUV, 100% elektrisch. Das wird der Slogan. Und da kann ich nur sagen, 100% SUV kann ich noch hier unterschreiben. Dafür müsste ich ihn fahren. Das kommt hoffentlich noch. 100% elektrisch ist er ganz sicher. Denn er bietet Reichweiten, die wirklich in Ordnung sind. Gerade mit den großen Batterien über 500 Kilometer. Und er bietet auch Ladezeiten mit bis zu 125 kW Ladestrom wirklich sehr, sehr ordentlich. Und wenn wir dann das Thema Preisland sprechen, der startet mit dem Einstiegsmodell, das nächstes Jahr kommt, mit unter 37.000 Euro. Ist damit absolut wettbewerbsfähig. Die Top-Version startet bei unter 59.000 Euro und ist damit genau auf dem Modell von dem Model Y von Tesla. Deswegen bin ich auf zwei Dinge sehr gespannt. Zum einen, wie er sich wirklich fährt. Und zum anderen, wie ihn dann später die Kunden draußen annehmen. Ich bin Ihnen doch in Ordnung. Und auf 50.000 Euro.